Hi ihr Lieben, Amin Sadeh hier. Ich bin gerade beim Königssee. Heute ist der 10. Februar 2023. Es ist blauer Himmel haben wir oben und hier am Königssee kristallklares Wasser. Seht ihr das? Und ich habe hier meine Beine hier richtig schön in dem Wasser. Kann ich nur weiterempfehlen. Das Wasser ist ziemlich sehr, sehr kalt, aber trotzdem ist gut für die Seele und Geist, wenn man hier auf den Steinen sitzt, hat man so ein gigantisches Ausblick. Das ist wirklich spektabel, die ganzen Bergen. Ich habe auch mehrere Videos hier gedreht beim Königssee und hier dieses Wasser. Ich kann nur weiterempfehlen. Es ist gut für die Seele und Geist und hier sieht man da oben, es hat Schnee hier und dieses ganze Panorama ist wirklich gigantisch. Ist gut für die Seele und Geist und wie gesagt, wie man das auch hier sieht, kristallklares Wasser. Kann man dann mit den Beinen hier richtig schön gut für die Seele und Geist, wie schon gesagt. Und das Wasser ist das Lieben, ist das Ursprung des Lieben. Daher mein Lieben hier in meinem Königssee ist das Wasser hier. Ich bin verliebt in diese Umgebung. Ich habe mich wirklich verliebt. Die Wasserfall und die kristallklares Wasser am Königssee, dann die ganzen Bergen und hier wie man sieht blaue Himmel. Es ist einfach gigantisch, wenn man die ganze Ausblick hier sieht. Daher habe ich mich auch wirklich verliebt. Hi ihr Lieben. Das ist wirklich, und die ganze Panorama, was man hier sieht, das ist wirklich gigantisch. Das kann ich nur weiterempfehlen, da draußen kommt hierher, aber Königssee, legt eure Beine hier im Wasser, geht rein. Ich habe auch mal in meinem anderen Video auch gezeigt, wo ich reingeschwommen habe, mehrere Male. Ich habe mehrere Videos gedreht, aber hier kann ich nur weiterempfehlen. Es ist gut für die Seele und Geist. Und heute ist auch das Wasser ziemlich sehr kalt, aber es ist gut für die Seele. Es ist eine Erfrischung für die Seele und Geist. Wenn man auch seine Beine hier hin und her schiebt, ist gut für die Seele. Also, ihr Lieben, schaut nur, die Sonne ist hinten. Wir haben auch blauer Himmel, wie man hier sieht. Aber diese Panorama, wow. Das ist gigantisch, das ist wirklich spektabel. Ihr Lieben, bleibt gesund. Euer Amin Sadi. Bis dann. Das ist gigantisch, das ist gigantisch, das ist gigantisch.